Irish Setter Hunderasse – die sieben wichtigsten Fakten Hallo und herzlich willkommen bei Hunde Fantastisch! Heute geht es um den Irish Setter. Ich habe für dich die sieben wichtigsten Fakten über diese liebenswerte Hunderasse zusammengefasst und stelle dir den Irish Setter vor. Herkunft und Geschichte Der Irish Setter – ein eleganter Jagd- und Familienbegleiter Der Irish Setter, wie der Name schon verrät, stammt ursprünglich aus Irland. Dort ist diese Hunderasse schon seit dem 18. Jahrhundert bekannt und wurde als Jagdhund gezüchtet. Der Irish Setter gilt als der bekannteste und beliebteste Vertreter der englischen Vorstehhunderassen. Er entstand aus einer Kreuzung von rot-weißen Settern mit unbekannten Hunden in einfarbig-rotem Fell. Bereits im 17. Jahrhundert wurde begonnen, rote Setter in Irland zu züchten. 1882 wurde dann der Irish Red Setter Club gegründet, um die Zucht und Verbreitung dieser Rasse zu fördern. Dieser Club veröffentlichte 1886 den ersten Rassestandard für den Irish Setter. Damit waren die Weichen gestellt für die Entwicklung dieser edlen und schönen Hunderasse. Der Irish Setter zeichnete sich von Anfang an durch seinen ausdauernden Jagdtrieb, seine Robustheit und Vielseitigkeit aus. Er ist bis heute ein leistungsfähiger Jagdgebrauchshund geblieben, der sich aber auch als Familienbegleiter größter Beliebtheit erfreut. Kommen wir zum Aussehen. Das Erscheinungsbild des Irish Setter ist unverwechselbar. Vor allem das Mahagoni-farbene Fell ist ein Markenzeichen der Rasse. Es ist mittellang, seidig und liegt glatt am Körper an. Charakteristisch sind die Fransen an Brust, Ohren und Rute. Kleinere weiße Abzeichen an Brust, Hals oder Pfoten sind erlaubt. Der Irish Setter hat einen schlanken, aber kraftvollen Körperbau. Rüden erreichen eine Schulterhöhe von 58 bis 67 cm, Hündinnen von 55 bis 62 cm. Das Gewicht eines Irish Setter kann zwischen 22 und 34 Kilo liegen. Der elegante Kopf ist lang gestreckt mit parallel verlaufenden Linien von Fang- und Oberkopf. Die Schlappohren sind tief und hoch angesetzt. Die großen, dunklen Augen verleihen dem Irish Setter einen freundlichen, interessanten Blick. Insgesamt ist der Irish Setter von feiner Eleganz gepaart mit Kraft und Ausdauer. Er beeindruckt mit seiner harmonischen Erscheinung und Schönheit. Weiter geht's mit dem Wesen des Irish Setters. Auch was sein Wesen angeht, ist der Irish Setter eine ansprechende Erscheinung. Er ist freundlich und umgänglich, dabei sehr anhänglich. Irish Setter entwickeln eine enge Bindung zu ihren menschlichen Familien. Dieser sanfte Hund ist nicht aggressiv und zeigt sich fremden Menschen gegenüber aufgeschlossen. Allerdings handelt es sich beim Irish Setter um einen Jagdhund mit starkem Jagdtrieb und viel Energie. Dies muss bei der Haltung berücksichtigt werden. Der Irish Setter braucht konsequente Erziehung, viel Bewegung und Beschäftigung für Körper und Geist. Wenn seine Bedürfnisse erfüllt werden, ist er ein toller Familienbegleiter. Die Pflege und Ernährung Die Pflege des Irish Setter hält sich in Grenzen. Gelegentliches Bürsten genügt in der Regel, um das Fell in Schuss zu halten. Wie bei langhaarigen Rassen üblich, fällt der Irish Setter vor allem während der Mauser verstärkt. Bei der Ernährung sind keine Besonderheiten zu beachten. Hochwertiges Futter deckt den Nährstoffbedarf. Als Jagdhund mit viel Auslauf sollte der Irish Setter schlank gehalten werden, um Gelenkprobleme zu vermeiden. Bewegung und Beschäftigung Als Jagdhund braucht der Irish Setter viel Auslauf und Bewegung. Tägliche, ausgedehnte Spaziergänge sind ein Muss. Noch besser ist es, wenn man den Irish Setter Joggen, Radfahren oder Reiten mitnehmen kann. Auch als Wandersmann ist er gut geeignet. Neben körperlicher Aktivität benötigt der schlaue Irish Setter auch geistige Beschäftigung. Er ist sehr lernwillig und für viele Hundesportarten begeisterungsfähig. Agility, Dogdancing oder Mantrailing machen ihm großen Spaß. Auch Suchspiele daheim halten den Irish Setter fit. Wenn seine Bedürfnisse nach Auslastung erfüllt werden, ist er entspannt und zufrieden. Irish Setter, ihre Gesundheit und typische Krankheiten Der Irish Setter ist grundsätzlich eine robuste und gesunde Hunderasse mit einer Lebenserwartung von 12 bis 15 Jahren. Allerdings kann er an erblichen Krankheiten und Fehlbildungen leiden. Vor allem Hüftdysplasie und Augenerkrankungen kommen gehäuft vor. Deshalb ist es wichtig, einen gesundheitsbewussten Züchter zu wählen, der Untersuchungen der Elterntiere durchführt. Ist dies der Fall, entwickelt sich der Irish Setter normalerweise zu einem vitalen und agilen Hund mit wenig Gesundheitsproblemen. Kommen wir zur Frage, ist der Irish Setter ein Familienhund? Trotz seines Jagdtriebs eignet sich ein gut sozialisierter und ausgelasteter Irish Setter hervorragend als Familienhund. Er ist sehr anhänglich und verschmust. Geduldig lässt er auch die Streicheleien von Kindern über sich ergehen. Allerdings benötigt diese aktive und willensstarke Rasse konsequente Erziehung und klare Regeln im Zusammenleben. Der Irish Setter braucht viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Wird er vernachlässigt, können Verhaltensprobleme entstehen. Ist man bereit, sich dem Irish Setter ausreichend zu widmen, wird man mit einem temperamentvollen, fröhlichen und treuen Gefährten belohnt. Der elegante Rotschopf bringt viel Lebensfreude in die Familie. Kommen wir zum Fazit. Der Irish Setter ist ein vielseitiger Hund aus Irland. Als Jagdgebrauchshund zeichnet er sich durch Ausdauer und Spürtalent aus. Zugleich ist er ein freundlicher und anhänglicher Familienbegleiter, der viel Zuwendung braucht. Sein elegantes, mahagonifarbenes Fell ist ein Markenzeichen der Rasse. Der Irish Setter ist ein Hund für aktive Menschen, die Freude an langen Spaziergängen und Beschäftigung mit ihrem Vierbeiner haben. Wem dies möglich ist, wird mit einem temperamentvollen, fröhlichen Gefährten belohnt, der das Familienleben bereichert. Das war's mit den wichtigsten Fakten zum Irish Setter. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hunde Fantastisch!